Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich mich für den Tag des Vogels entschieden. Dieser wird seit 2003 in den USA gefeiert und geht auf die Kooperation der Tierschutzorganisation Born Free USA und der Avian Failure Coalition aus dem Jahre 2002 zurück. Ziel ist es natürlich, ein öffentliches Bewusstsein für die Belange der gefiederten Tiere zu erschaffen und so auf ihre Gefährdung aufmerksam zu machen. Die Lebensräume der Vögel sind natürlich gefährdet durch Umweltverschmutzung und natürlich auch durch illegalen Handeln mit zum Beispiel Papageien, Kakadus, Dicken und so weiter. Und leider werden in den nächsten 100 Jahren rund 12% der heute bekannten Vogelarten vom Aussterben bedroht sein. Dies umfasst unter anderem auch ein Drittel der 330 Papageienarten. Stellvertretend für die Vögel habe ich einen V mit aufgeschlagenem Rad gezeichnet. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.